Panzerung, Fernglas, beide große Rücksäte, beide K-Style-Helme. Sag schon mal tschüss. Hörst du jetzt? Wir werden auf jeden Fall sterben. Ja, aber wenn die uns nicht gesehen haben, wieso? Die liegen da oben, die haben uns auf jeden Fall gesehen, ey. Siehst du die noch? Ja. Ich bin hinter dir, aber wieso sehe ich dich nicht? Ich bin hier hinterm Van. Die liegen hier oben am Baum und grasen da rum, Alter. Ja, die sind da richtig ausgerüstet. Hörst du jetzt, Jaxons? Du bist da, Adam, weil du dich nicht so leise bist. Was? Geh mal von rechts, geh mal einer rechts rum. Ganz rechts rum. Und dann versucht er von hinterm Baum zu... Ich weiß nicht, ob die dich dann sehen, also... Soll ich machen, oder soll ich Ihnen sagen? Nein, warte, warte mal. Ich weiß nicht, ich glaube, die sehen euch dann. Wo ist er denn überhaupt? Die liegen, siehst du, diesen riesigen, dicken Baum da? Warte, ich gucke mal wieder zum Auto. Also guck nicht um, geh nicht um die Ecke, ne? Mach mit der C, mach mit der C-Sicht und geh nicht um die Ecke. Da links im Gras von dem Baum liegen die. Zwei Stück. Ich sehe jetzt nur das Haus. Von hier. Viel weiter vorne, viel weiter vorne, da wo der dicke Baum ist. Zwei Meter hinter dem Laden hier schon. Hier schon? Ja! Da habe ich doch keinen Scheiß. An dem Baum, direkt links an dem Baum. Ich dachte, die sind da oben an dem Haus. Von hier aus sehe ich den nicht, ne? Der dicke Baum direkt hinter dem Supermarkt, oder was er hier auch immer ist, für einen Laden. Er kriegt jetzt genau vor dem Baum lang. Und der linke ist noch links daneben. Geh' mir zuerst da, ne? Adam, ja, da war ich da. 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 Warte, du machst hier Steps, ne? Auf den Dingern. Aber guck mich hier rum. Soll ich auf die linke Seite mal gehen vom Supermarkt? Nein, 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 dann schießen wir dich ab. Hä, wieso sehe ich die denn immer noch nicht von hier aus? Digga, die sind direkt hier hinter uns. 20, 30 Meter. An dem dicken Baum liegen die. An dem linken, ne? Hinter dem Supermarkt, meinst du, oder? Ne, hier, hinter dem Gebäude. Ach, und hinter unserem Gebäude? Ja, direkt dahinter. Da ist ein dicker, fetter Baum. Und da liegt ein, einen sehe ich jetzt. Den anderen sehe ich gerade nicht, weil da im Gras liegt. Haben beide große Rucksäcke. Alter, pass auf, die sehen dich, wenn du so hier bist. Wieso sehe ich dich? Ich sehe dich noch mal vor. Die sehen dich. Wie sind wir, ey, wen hat Kassim da? Warte, sind das immer noch zwei? Ich sehe, ja, keine Ahnung, wo der andere ist. Ich sehe auf jeden Fall nur den einen, aber der andere müsste auch noch da links neben liegen. Der kriecht als weiter vor und guckt oder zielt. Soll ich mal in die Post und aus dem Fenster versuchen zu gucken? Da hinten ist ein Fenster, nach hinten raus ist kein Fenster, ist nur noch eine Seite raus in der Post, ne? Der eine ist jetzt ein bisschen weiter vor und... Wo, ey, wen hat Kassim da leider nicht mehr? Oh, der andere geht von links, der von links, der geht jetzt in die Mitte. Also haben die uns gesehen. Sollen wir zurück bis hin in das Haus? So, der eine kommt jetzt runter gleich, oder? Oh, nicht, der guckt auf jeden Fall hier runter. Der eine hat nur einen Teddybär-Rucksack, der andere hat einen großen. Bike-Schläger, Zombie, wo, Zombie? Fuck. Ja, warum lockst du einen Zombie an? Ich habe keinen angelockt. Oh, bitte schnell. Also der eine versucht jetzt anscheinend uns zu flankieren und der andere liegt nach oben. Ich kann versuchen den einen zu erschießen, aber ihr müsst die Zombies ja wegkriegen. Warte, ich mache erst die Zombies sachen Bescheid, wenn die runterkommen, ey. Der eine flankiert jetzt, glaube ich. Die Karte jetzt hinterher und dann geht mich. Okay, wir werden schon so unbelehrt alle, die wir machen. Der eine flankiert. Der andere liegt nach oben, der eine flankiert. Lass uns zurückgehen in das Haus auf der anderen nicht schwarzen Seite. Der andere kriecht jetzt auch, entweder sind das drei. Okay, der andere geht jetzt auch. Soll ich den abschießen? Ich kann einen, kann ich erschießen. Mach. Müsst mich bitte decken jetzt von links, bis keiner hinter dem Medi vorbeikommt. Puste denn. Der lebt noch. Ich habe keinen Schuss mehr. Warte, 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 warte. Ich bin sicher, ja? Ich bin sicher, Madama. Es ist zu weit, ey. Was geht noch? Den links aufpassen, dass keiner von hinter dem Medi nachkommt. Fuck, ey. Der hat keinen Schuss mehr, dann. Der hat keinen Schuss mehr. Da muss jetzt einer sein, pass auf, ne? Ja, der liegt hier. Wo? Der hat nur Teddybär. Tot. Hab ihn. Hast du ihn erledigt? Ja, ja. Der andere ist oben. Ey, ich habe keinen Schläger gerade. Komm her, komm her, ich mach ihn. Ich mach ihn. Pass nur auf, dass... Oh, Zombie hat led. So, der andere ist oben. Was hat der? Pass auf, nicht, dass der von oben schießt, ne? Der hat gar nichts, gar nichts. Das ist nur Teddybär. Der wird... Ich dachte, ich habe ihn getötet, ey. Ja, okay, hab ich jetzt schickt, Madama. Wo ist er? Seht ihn irgendwer? Ne. Gib mir Deckung, bitte, ne? Hast du noch Schuss in der Anaconda? Ne. Ich habe ihn auf jeden Fall... Wallad, einen Schuss habe ich getroffen, nur von... drei, ey. Ja, ich habe ihn fünfmal mit der... Oder so getroffen mit der... 5-7. Ah, die waren hier an dem Felsen, das war eigentlich mal ein Baum. Die loggen sich... Der loggt sich jetzt eh aus, da oben. Weil die keine Schusswaffen haben. Doch, der hatte was. Mosbär, tat er denn? Sieht ihn da mehr? Ne. Da lag wohl eine Mosbär. Bin und Zombie, kein Spieler. Geh mal links rum, du, ich geh von oben... Guck, gib dir Cover. Geh jetzt rechts rum, geh rechts rum. Ich geb dir Cover. Andere Seite, andere Seite. Du redest gerade mit dem anderen, glaub ich. Ne, ich rede mit dir. Achso, doch, ja. Ne, du bist am Haus jetzt, oder? Ja, ja, du solltest rechts rum gehen. Also hier ist keiner mehr. Ne, der ist eh raus. Sicher, dass der raus ist? Wen? Die Schisse, ey. Ja, wie gesagt, ich hab den fünfmal getroffen, der hat... Ich hab den mit einer Anaconda einmal getroffen, war aber, glaub ich, zu weit. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt getroffen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt getroffen habe. Fünf Schuss hab ich gesetzt, der war aber noch nicht tot. Oder vier Schuss gesetzt, keine Ahnung. Und der lag einfach und hat in die andere Seite geguckt. Der war rückwärts auf zu uns. Weißt du, was ich meine? Ja, der hat wahrscheinlich zu ihm geguckt. Also ich sehe hier keiner. Wir müssen immer nochmal gucken, ne? Nicht, dass der hier noch weg ist. Waren einfach zwei hier in Mountain, Junge. Ich sag ja, so wenig Leute im Server. Aber dass du ihn gesehen hast direkt, haben wir halt. Mich hat von hinten mal ein einfach so eben Zombie getroffen. Ne, ich hatte auf zwei die Anaconda. Ich brauch jetzt gleich noch was zu trinken. Ich auch, ich bin 3-0. Ja, ich auch. Was hatte der für mich? Schönes. Ich sag ja, der hat nur Teddybär, Wasser. Noch ein Zombie, hinter dir. Links steht auch einer auf. Ja. Hä, haben wir den nicht direkt hier getötet? Wo war das denn? Ja, rechts hier, rechts andere Seite. Ach so, stimmt. Wasser hatte er auf jeden Fall, habe ich gesehen. 300 Meter. Ja, hier sind viele Zombie-Vide. Das war sogar der Stein, der da war. Oh man, ich bin infiziert, ey, fuck. Ernsthaft. Ja, man. Das ist super. Geo, bir war, Mann, hattest du? Hat er was dabei? Was liegt hier noch? Nichts mehr. Ja. Hat er was aufgenommen davon? Ich brauch unbedingt Wasser jetzt. Hattest du so warm? So alt, nicht so warm? Du bist so warm und da sind. Ja, ich habe ihn wohl etwas aufgenommen. Nimm Dosen-Suppe. Gönn dir die. Aber ich bin infiziert, lieber sterben, ey. Dann nehme ich sie. Kannst dir gehen, wenn du möchtest. Nein, trink dir jetzt oder so. Wir finden bestimmt jetzt noch was. Wir gehen jetzt gleich nach Delta Peak. Lol, ey, da war einfach ein Gegner hier. Hast du noch Schuss in der Anaconda? Nein. Ich hab alle drei verballert, ey, auf den. Ich hab die sechs Schuss aus der Five-Seven auch verballert, ey. Hast du noch überhaupt eine Schusswaffe, irgendeine? Ja, die Nagant. Fünf Schuss noch. Damit habe ich den Typen hier getötet, der hier lag, mit der Nagant. Ja, weil ich habe zweimal auf ihn geschossen, der hat immer noch gelebt. Dann kamst du einmal, puf, tot. Ja, ich wollte nicht, dass er sich jetzt umdreht, weil du hattest nur die Kruger und das hätte ein bisschen gedauert. J.O. Biller, so mein Mann, ne? Ich brauch' C.O. 1. Lol, wer hat denn getötet? Ich. Weg, schau. Hier ist ein Müsli, jawoll, ein Müsli-Rickel. Zieh dir rein. Boah, wie schnell das hochgeht, sieben Prozent schon, ey. Ja, ich geh in die Scheune. Wie krass, bitte, zwei Sch- Ich hab hier seit, ich war seit vier Monaten nicht mehr hier, ey. Da sind ja auf einmal zwei Leute. Ich brauch' auch so ein bisschen Leben, ich bin an den Händen, aber ich mach' Ja, du nimm Dosen-Suppe. Nee, warf? Nee, warf? War eine Schäler, also ein J.O.B. Boah, hast du die überhaupt gefunden, ey? Dosen-Suppe ist geil. In Rocky, glaub' ich, vorhin. Und dann kommen die Ker ingen. Ja, das ist geil. Vielen Dank.